Lukas Podolski! Ein Fußballprofi wagt sich in neue Gefilde. Boah, ey geil! Lukas Podolski stellt sich Guido Kanz, Taneli und Martin Klempner. Jetzt kommt ne Killernummer. Schafft er den Alleingang? Oder befördert er sich ins Absatz? Das haben wir alle so nicht gewollt, dass die Sendung hier diesen Fall laufen. Die Show zum Mitmachen. Bin ich schlauer als Lukas Podolski? Samstag, 20.15 Uhr. Und im Anschluss, take me out, boys, boys, boys.